hallo mein name ist michael eisler ich bin stellvertretender vertriebsleiter west wir sind hier ein mittelständisches unternehmen mit 216 mitarbeitern und ich arbeite hier seit elf jahren ich bin wie gesagt im außendienst tätig und komme deshalb natürlich auch viel rum jetzt bin ich auf dem weg zu einem kunden und bin mal wieder spät dran ist schon anstrengend man jetzt von einem termin zum nächsten hier samstag war ich mal wieder im stadion keine abwehr kein mittelfeld sturm war auch scheiße 4 0 hinten zur pause dann fünf minuten kaum wieder drin erster fehlpass fc kommt von links maneli nimmt volle an zack zieht feuer